Mir gefällt das sehr, dass wir hier den Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen in den Fokus stellen, dass wir flache Hierarchien haben, jedem die Möglichkeit geben mitzuwirken, mitzuentscheiden, viel Transparenz walten lassen und insgesamt die agilen Prozesse und Technologien, die wir aus der Technik heraus kennen, auch versuchen abzubilden in die Unternehmenskultur und in die Unternehmensprozesse.